Geht's zurück? Achso, ja, logisch, natürlich. Auf demselben Weg, wie ich hergekommen bin. Was höre ich da? Ich habe ein paar Schwierigkeiten, das richtig zu verstehen. Ups, Verzahung. Nein, 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 nein. Ah! Okay, Leute, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. So, jetzt ab. Oh Gott, also ganz ehrlich, das Kartenschluss, das hat mir besser gefallen. Und diesmal ohne wieder aufzustehen, zwischendurch. Ist das nicht schön? Da, bis zur Schnauze. Hops. Ups. Na, wechselt schon. Bitte, ja. Geht's zurück? Achso, ja, logisch, natürlich. Auf demselben Weg, wie ich hergekommen bin. Nein. Was mache ich da für eine Scheiße? Ganz ehrlich. So, da war er. Okay. ich habe ja den kampf schon gewonnen und ich eigentlich hätte jetzt machen müssen hebel betätigen also das ist ein hebel das hat schlägt nicht mehr oh gott ich befürchte dass er jetzt dass wieder der andere kommen wird sobald ich da durch bin kommt wieder der andere ah nee was okay wird der schachflügel in dem beide bauern zeitgleich an der ziehe bringt türme werden sich die bauern in den weg stellen meidet die läufer sie vernichten die bauern das war zwar ein springer aber lassen wir das schachpuzzles werden innerhalb des angezogenen bezuglimits gelöst werden oh mein gott start so was nochmal stop start ah ok verstanden also ich muss immer auf die gegnerische seite und ok super bitte komm weiter ja ich höre eine schnauze mutterfuck schnauze wofür sind das 5 ein verschlossenes zimmer ist wie ein käfig nicht viel mehr als ein gefängnis ich verachte jede art von verbergen was ja das war schon damals so klar war er ist halte mal der königin auf schau aber bedenken sie hat auch ein auge auf dich okay ich werde es versuchen gepanzerte karten karten das muss ich erstmal dadurch die pranzung durch oder was wie komme ich dadurch gepanzert so ok das wird interessant und so oh mein gott oh mein gott leute das ist so übel wie sich dieses spiel in den letzten zwei kapiteln entwickelt hat jetzt aber kommt schon ja gott sei Dank. Jetzt kommt der andere wieder. Ah, nee. Schnauze? Nee. Schnauze. Doch. Ganz deutlich nach Schauze gehört. Da war es schon wieder. Oh Leute, ey. Alter, so was. Äh, hä, hä. Direkt drüber geschwungen. Wartet. Stopp. Wie viele? Wie viele habe ich? 725? Alter, scheiß. Wie viele Zähne kriegt man da in dem Level? Das ist ja unglaublich. Unfassbar ist das. Ah, das nächste wäre ja eigentlich die Wopper-Klinge, die ich verbessern wollte. Eiii! Alice! So, wo ist die Schnauze? Da ist die Schnauze. Ich dachte, wie der war, wie der. Das schaut interessant aus. Äh? Okay. Okay. Ich bin eindeutig schwerer wie eine Bombe. Okay. Äh? Jetzt bin ich irgendwie falsch gesprungen. Na egal. Jetzt bin ich der B wieder. Ich muss da hoch. Ich bin der B wieder. Hops. Schafft. So. Ne Erinnerung. Sollte auch anders sein. Andächtiger Gottesdienst, schöne Musik, geschlossene Särge. Obwohl es hieß, dass deine Schwester durchaus noch vorzeigbar war. Die Flammen haben sie nicht erreicht. Soll ich mich jetzt deswegen geehrt vorkommen? nein 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 doch nicht so himmelarm und schlern das kannst du doch nicht machen nein nein Gott ich bin gerade froh, dass ich jetzt wenigstens einmal eine Ruhe vor dem Kerl da habe. Ist zu arg mit dem. So dann. Ups. Oh, da oben schreit förmlich wieder danach, dass der andere Kerl wieder kommt. Ah ne, wir belassen es bei geponserten. So. Ach, zeig dein Gesicht schon, deine hässliche Frasse. Ah, falsche Waffe. Ich bin befürchtet, dass der wiederkommen wird. Kerl. Ach komm schon. Wie lange ist es eigentlich noch raus, hä? Schlinge. Ach komm schon. Jetzt stirb doch mal! Ich fürchte, er ist bloß auf dem Rücken verwundbar. Und so ist es auch. Jetzt kommt der andere wieder. Ich spüre seine Nähe. So. Bitte. Bitte lass den Kerl noch etwas von mir weg. Ich kann ihn nicht gebrauchen. Ich kann ihn nicht gebrauchen. Ich kann ihn nicht gebrauchen. Ganz ehrlich. Ich mag es so schnell wie es geht zur Königin. in der Hoffnung, dass es rum ist. Für die königlichen Waren dieses Reiche sind wir allesamt kommende Opfer. Ich höre ihn. Da kommt er wieder. Kommt er wieder. Ja, ist das so klar. Was macht denn der jetzt? Macht sich einen ab oder was? Nein Boah Leute Komm Krasch und deine Freunde an Ach Alice, du bist teilweise echt zu blöde Ganz ehrlich So wie du dich teilweise anstellst Ich weiß, ich dürfte eigentlich Alice nicht die Schuld geben Weil im Großen und Ganzen Ist ja Ah ja, er schadet wenigstens den anderen Auch wenn er ausholt Wuaah Was zur Hölle Wie viel zieht denn der Kurzer Frame-Anbruch Sei tot Flieg endlich mal runter Und stirb